Zwölf. Da muss ich jetzt mal das erste Berg mit anfluchen. Jetzt hören Sie. Was macht das noch mal? Vom Wassertrand. Ach so, okay. Ich zeig Ihnen jetzt mal, was ich gemacht habe. Hier. Das ist so ein Berg. Eine Lischansicht. Das ist noch raus. Das ist dafür da, um die Platte zu abzuwaschen. Damit es nass wird. Ah, so. Das habe ich hier vorgefeuchtet. Das habe ich eben gemacht bei allen Dingen. Okay. Das ist dieses Flutchen dann, oder? Und das hält ungefähr 35 Platten. Da muss ich das ersetzen. Neue Rollerei. Das muss noch alles kennen. Ja.